Attack on Titan? Oder was steht da? Nee, Attack of the Loot Ways. Okay, das hört sich, ja, eher nach einem Mario-Spiel an. Was sagt die Abschlussrate? 1,72, wirklich? Wollte ich mir das Level wirklich antun? Tip the Star arrives 10 seconds in. Was? Egal. Wir schauen uns das einfach an. Und lassen uns überraschen. Attack of the Loot Ways. Okay, ich fahre gerade noch im Anime-Universum und muss dann Attack on Titan denken. Ähm, wie jetzt? Was? Oh mein Gott, ich muss den Stern kriegen? Willst du mich reinlegen? Das ist jetzt nicht passiert. Aber der Ansatz war richtig, aber sowas von. Heftig, Misty. Ich habe den Stern nicht bekommen. Wegen einem blöden Fehler. Und da ist schon der nächste Fehler. Okay, so easy wird das tatsächlich nicht. Ich muss unbedingt den Stern bekommen und dann durchlaufen. Ist wahrscheinlich. Ich habe mich aber gerade gefragt, was wäre, wenn ich auf einen Ludwig springen würde. Mist, man kann ja nicht spinnen. Das ist ja Super Mario World Grafik-Stil. Oh mein Gott. Heftig. Wie soll ich den denn bekommen? Richtig schön, das Level. Warte mal. Okay, das bringt nichts. Nee, das bringt tatsächlich nichts. Oh wow. Ähm, ja, dann muss ich das wohl anders angehen. Ups. Vielleicht muss ich gar nicht hier so aufspringen, wie ich es gerade mitkriegen konnte. War ich permanent am Springen. Gleich war das der Fehler. Okay, im Moment bin ich nicht am Springen. Ja, nice. Arme Junge, ich mache sie alle fertig. Was für ein cooles Level. Smiley. Na, so ein Emoji habe ich verdient. Ace in der Sternenform. Cool, das Level hat mir gefallen. Ei, 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 ei. Attack of the Loot Base. Alleine schon, wie das Level heißt. Auch nicht schlecht. Okay, dann schauen wir uns ein weiteres Level an. Boah, Light Kaizo. Nee, sowas tue ich mir ab jetzt nur noch in den Livestreams an. Most? Toll, okay. Alles klar. Samstagabend. Warum nicht? Alleine schon Samstagabend. Troll. Warum nicht? Wo war ich wohl mit den Gedanken gerade? Hey, Pilzzi, bleib hier. Oder nee, ich bin die Feuerblume. Da mache ich dich fertig. Und das war es schon. Da ist aber noch eine Feuerblume. verdammt ich wurde weg geschützt hast du den schlüssel das war nicht rein ich habe schon ausprobiert system das bitteschön kein sound oh nein was höchst zum ersten mal in diesem spiel nein das ist super mal galaxy wieso konnte man das gar nicht so raushören ist mein gott ohr heftig was war das denn für ein genialer jump der war so sauber dass er fast nicht mehr normal war ich dachte das war's nein so ein idiot hat sich selbst besiegt wie kann man denn nur so blöd sein naja ich rede hier gerade über bowser braucht man sie nicht man dann warte muss bestimmt wieder meine kopfe aufsetzen was passiert konnten okay was richtig was ich gemacht habe und da ist noch ein p schalter okay warum nicht so was denn das level bringt mich bisschen durcheinander um ehrlich zu sein ups ist da was auf der rechten seite ich kann mir gerade überhaupt nicht da nein aber ich dachte schon warum kommt dieses geräusch wenn ich hier bin aber ich glaube den p schalter versuche ich irgendwie noch mitzunehmen ich checke gerade überhaupt nichts wer hat denn den schlüssel hatte mal wenn sie hier was sein und hatte man könnte hier vielleicht was sein ein p schalter wie kriechen jetzt aktivierten er war er war sehr schön sehr schön hier schießt doch am start nein komm schon nehmen ist hier ist nichts okay dann probieren wir das hier aus nein checkpoint fahren und das ist richtig fähig das ist jetzt richtig fähig jetzt muss ich schon wieder gegen bowser kämpfen und darauf habe ich auch voll bock ne die feierblume bei ups oh ne nicht schon wieder ja jetzt fühle ich mich mega blöd na toll abhaut abhaut noch und never ever hier richtig skill ich habe mich schon wieder gesagt mal ich mach dich fertig wo pass auf oh nein oh sehr schön das läuft gerade sehr gut und spin 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 gut gesaved noch ein p schalter nämlich durch mit bei joshin im lüge mit ja sehr schön und einfach durchziehen pass auf da ist eine stachelige kugel gewesen die brauchen wir jetzt nicht unbedingt ups sehr schön sehr gut und am besten hier ja schön sorry joshi ok was ist da oben ich vertraue dem fein nicht oh mein gott nein oh schade das fing gut an aber es endete schlecht jedoch haben wir die check beim fahren erwischt da ist alles okidoki habe ich die feuerblume gerade gesehen aber wie ich sie gesehen habe oh ich bin noch am start waha sehr gut in der feuer vorbei hintergrund sieht doch mega schön aus oder upa upa ha ha trampoline ein auf den notenblock ok mal gucken oh mein gott ich wollte schon fast durchdrehen ja wie cool ist das denn ach was das war schon ey lass mich doch mal rein jetzt bin ich heute gleich ich wollte euch wirklich kann man da nicht rein das gibt es nicht ich komme da nicht rein willst du mich rein nehmen oh mein gott ich komme da nicht rein doch richtig cool ducken und dann rein spin gut deutsch ich glaube das reicht der part war glaube ich ok aber die beiden level waren auch mega schön daher und es sich glaube ich hier einen cut zu machen der nächste part wird hoffentlich etwas länger ich gehe davon aus dass ich in der endlos herausforderung sein werde aber ich bereute mich jetzt schon darauf vor das will ich wirklich als nächstes tun ja ansonsten danke dass ihr da wart ich hoffe das video hat euch gefallen und ich hoffe dass wir uns in den nächsten parts wiedersehen macht es gut und tschüssi 9 9 11 11 13 13